Hallo und herzlich willkommen bei Teil 40 der FEM-Tutorial-Reihe. In diesem Video möchte ich einmal alles in Bezug von FEM und E-Mails erklären. Das heißt, wir werden einmal auf E-Mails reagieren, das heißt ein iMap-Postfach überwachen. Dann werden wir aus FEM heraus Mails verschicken. Und was ich auch machen möchte, ist andere Mail-Postfächer, quasi Stati, überwachen. Das heißt, dass man in einem Dashboard oder später auch auf Tablet-UI dann sehen kann, wie viele ungelesene Mails man auf dem jeweiligen Postfach dann entsprechend hat. Weil ich habe relativ viele Domains und deswegen auch relativ viele Postfächer. Die habe ich natürlich alle in meinem E-Mail-Client. Und so möchte ich dann einfach auch auf einen Blick sehen können, ob ich noch irgendwelche Mails abholen muss. Und das dann entsprechend eben aufbereiten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier einmal durch. Wer die GPIO-Tutorials noch nicht gesehen hat, sollte das, denke ich, an dieser Stelle einmal nachholen. Ich habe da schon fünf Teile aufgenommen, kam wirklich ganz gut an. Feedback ist super. Und ja, jetzt geht es erstmal ein bisschen mit der FEM-Tutorial-Reihe weiter. Und wie gesagt, Teil 40, E-Mails. Fangen wir also an, als erstes ein paar Module zu installieren für Perl. Das ist hier einmal LibE-Mail und so weiter, Simple Perl, was man alles im Endeffekt so braucht. Das ist hier nicht besonders viel. Das installieren wir also als erstes. Befehle natürlich wie immer im Blog-Beitrag unter diesem Video. Wenn das installiert ist, gehen wir hier einmal in das ob-fem-fem-Verzeichnis. Und wenn ich hier sage ls-la und sage hier grep-mail, dann finde ich hier ein Modul, das heißt hier Mail-Check. Und das gucken wir uns auch mal in der Comment-Reff eben an. Die gibt es hier nur auf Englisch. Hier, watch as a mailbox with IMAP idle for each new email triggers an event with the subject of this email. Das heißt, wir können dann E-Mails an dieses jeweilige Postfach schicken. Das heißt, es sollte natürlich hier in einem IMAP-Postfach genutzt werden, welches nicht irgendwie anderweitig genutzt wird, sondern ausschließlich für Nachrichten, die dann entsprechend von FEM ausgewertet werden sollen. Und, ja, wie der es hier schon sagt, das wird eben genutzt, um E-Mails an FEM senden zu können und darauf zu reagieren. Das heißt, wir kriegen dann hier ein Event mit dem Betreff und können damit dann entsprechend hier arbeiten. Da brauchen wir hier Map, IMAP-Client und SSL. Und, genau, und jetzt schauen wir mal, wie hier alles funktioniert. Hier sehen wir auch schon das Define, wie wir das dann machen. Ich lege mir jetzt als erstes mal einen neuen Mail-Account an. Welchen man da nimmt, ist eigentlich dann egal. Es geht auch um gmx oder web.de oder gmail oder alles Mögliche. Aber ich habe ja, wie gesagt, jede Menge eigene Domains und auch eigene Mail-Server. Und da lege ich mir jetzt eben einen Account an. Ich bin ja hier, wie gesagt, bei AllIncle. Und da geht das sehr einfach hier über das Backend. Und da habe ich einfach jetzt hier die E-Mail-Adresse jetzt fem.m.kleine.de angelegt. Ich hätte natürlich jetzt auch hauswartenmodisierung.com nehmen können. Aber das liegt auf einem anderen Mail-Server mittlerweile, ja, längere Geschichte. Deswegen hier über die grafische Oberfläche eben fem.m.kleine.de. Dann habe ich hier entsprechend die ganzen Benutzerdaten. Das heißt, das hier ist dann der entsprechende Server. Hier ist das Passwort. Und, ja, hier ist dann alles, was wir entsprechend dafür dann auch schon brauchen. Und, ja, diese Daten hier, die kopiere ich mir natürlich jetzt und lege jetzt damit mein Define dann praktisch an. So, das sieht jetzt bei mir so aus, dass ich hier sage Define Mail. Also so heißt nachher mein Gerät natürlich. Ist vom Typ Mail-Check. Das hier ist der Server, den wir gerade gesehen haben. Dann kommt der Benutzername und zuletzt das Passwort. Das führe ich dann hier jetzt einmal aus. Jetzt bekomme ich hier gerade noch Cannot Load Module Mail-Check. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir noch vergessen haben, eine Bibliothek zu installieren. Das holen wir jetzt eben nach. Das sind jetzt hier diese beiden Pakete. Hier einmal Libmail und Mime. Die hätten wir eben vergessen. Die packe ich natürlich mit an den ersten Befehl dran. Das heißt, du hast die wahrscheinlich jetzt hier schon mit installiert. Wenn wir das Ganze jetzt hier nochmal ausführen, dann klappt das Ganze hier auch wunderbar. Und wir können das Ganze hier eben ausführen. Jetzt wird hier die Inbox überwacht. Und Mail ist hier active. Und jetzt könnten wir hier natürlich auch einmal die verschiedenen Verzeichnisse holen. Und da sieht man hier schon Entwürfe. Hier gibt es ein Encoding-Problem, dann Spam, Papierkorb und so weiter. Wir überwachen hier natürlich Inbox. Und hier oben ist wichtig, dass hier dann LoggedIn steht. Jetzt speichere ich hier einmal die Config. Und ja, soweit sieht das jetzt schon ganz gut aus. Und jetzt könnten wir im Prinzip schon die erste Mail hier dann entsprechend hinschicken. Was aber vielleicht noch ganz spannend ist, ist hier das Attribut Delete Messages. Die Delete Message sorgt dann eben dafür, dass wenn das Subject Event hier quasi oder Reading erstellt wurde, dass danach dann sofort die E-Mail dann gelöscht wird. Das heißt, man kann dann hier dafür sorgen mit 1, dass das Mail-Postfach nicht so voll wird und das Modul hier dann praktisch auch direkt aufräumt. Dann ist natürlich noch das Ganze hier mit Vorsicht zu genießen, weil prinzipiell kann natürlich jetzt jeder an diese E-Mail-Adresse hier entsprechende Befehle senden. Deswegen sollte man hier das From-Attribut noch auswerten, beziehungsweise From-Reading nachher, ob das dann entsprechend gültig ist. Das ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil gerade bei Mail ist es so, dass natürlich jeder jeden Absender nutzen darf und deswegen stellt das hier alleine noch kein Sicherheitsmerkmal dar. Also wenn kritische Sachen geschehen sollen, dann sollte man hier Accept From setzen und hier eine Komma-Separierte Liste von GPG-Keys, also signierten E-Mails dann quasi nutzen. Aber dafür muss man natürlich den E-Mail-Client auch wieder so konfigurieren, dass er hier eben signierte E-Mails überhaupt versendet und so weiter. Das heißt, ich würde dieses Mail-Modul entweder mit sehr kryptischen E-Mails verwenden, den niemand kennt, also E-Mail-Adressen, oder dann eben dafür sorgen, dass man hier keine kritischen Sachen schaltet oder nicht zu viel Zugriff gibt. Genau, ich speichere hier jetzt nochmal die Config, habe hier das Attribut für das geändert und würde jetzt einfach mal eine Mail an die entsprechende Adresse hier schreiben. Dann schreibe ich hier an femm.mkleiner.de und sage hier Hallo Test und hier schreibe ich mal rein Body. Ich glaube, der Body wird hier dann an der Stelle gar nicht ausgewertet. So, und die E-Mails sende ich jetzt natürlich einmal ab. Und jetzt ist es so, dass dieses Modul hier dann, ja mit einem Intervall, ich glaube von standardmäßig hier 60 Sekunden, das können wir auch nochmal nachgucken, hier Intervall, dann entsprechend nachschaut. Genau, der Default ist hier 60 Sekunden und jede Minute wird jetzt quasi geguckt, ob es hier neue E-Mails in dem entsprechenden Konto gibt. Genau, nach einer Zeit findet man hier die entsprechenden Readings mit From und Subject, hier Hallo Test und hier der Body ist natürlich jetzt, wie schon gesagt, nicht da, aber die E-Mail ist auf dem Konto jetzt schon gelöscht worden. Das funktioniert also wunderbar. Also hier über den Subject könnte man jetzt im Endeffekt femm entsprechende Sachen mitteilen. Ist natürlich cool, wenn man irgendwelche Webdienste hat oder so, die nicht unbedingt irgendwelche Möglichkeiten haben, irgendwelche Schnittstellen, sondern nur E-Mails verschicken können. Und ja, da könnte man dann eben sich ein eigenes Postfach anlegen, was man dann hier eben entsprechend für femm benutzt. Ist natürlich über den Subject ein bisschen eingeschränkt, funktioniert aber an der Stelle dann auch wunderbar. Hier habe ich eben übrigens was Falsches gesagt. Der Standardintervall ist hier nicht 60 Sekunden, sondern 600. Deswegen stelle ich den hier jetzt einmal auf 60 Sekunden. Und ja, es ist noch hinzuzufügen, dass es natürlich ein bisschen dauern kann, bis diese E-Mail hier ankommt. Das sind natürlich verschiedene Spamfiltern, Greylisting von Mail-Servern und so weiter dann geschuldet. Also ruhig beim ersten Mal ein bisschen Geduld mitbringen. Gerade wenn ein neues Postfach das erste Mal eine Mail geschickt wird, kann es schon mal ein bisschen dauern, bis die dann wirklich hier im Endeffekt eingeht. Bei mir hat es gerade auch hier irgendwie zwischen vier und fünf Minuten gedauert, ist aber wie gesagt in der Regel völlig normal. Und ab der zweiten E-Mail geht es dann meistens auch deutlich schneller. Ja, mit einem Duo 4 könnte man natürlich jetzt auf diese Events hier reagieren und dann entsprechend irgendwelche Aktionen ausführen. Wie genau das geht, wurde schon zuhauf, denke ich, erklärt. Da kommt jetzt jeder selber drauf. Okay, kommen wir nun zum zweiten Szenario. Und da wollen wir jetzt erstmal wissen, wie viele Mails haben wir jetzt ungelesen in unserem richtigen normalen Postfach. Ich nutze dafür natürlich jetzt hier genau das Gleiche, damit ich nicht zig E-Mail-Adressen hier jetzt anlegen muss. Ich lösche natürlich jetzt hier erstmal gerade mein Gerät. Das war ja nur zur Veranschaulichung. Und speichere die Config. Jetzt gehe ich einmal hier auf Edit Files und gehe dann in meine My Utils. So, und dann habe ich hier ein bisschen Code vorbereitet. Den habe ich aus dem Forum und dann entsprechend angepasst. Die ganze Geschichte hier heißt Checkmails und übergibt dann als erstes Host, dann User, Passwort, dann eine DevSpec, also wohin das Ergebnis gespeichert werden soll und dann hier entsprechend, ob SSL verwendet werden soll oder nicht. Dann sagt er hier einmal Set Reading auf dem entsprechenden Gerät, damit man nochmal die Konfiguration sieht. Und ja, dann verbindet er sich hier und holt hier eben dann die entsprechenden Unread Messages, die Total Messages und speichert die dann entsprechend hier auf dem jeweiligen Gerät. So, und das Ganze testen wir natürlich jetzt einmal. Diese Funktion hier ist natürlich ebenfalls im Blogbeitrag verlinkt. So, ich speichere hier jetzt einmal meine Config. So, und jetzt sage ich hier einmal Define meine Mails, nenne ich das Ganze und das ist einfach hier ein Dummy-Device. So, das habe ich jetzt hier natürlich entsprechend angelegt. Und wenn ich jetzt einmal das Ganze ausprobieren möchte, dann gehe ich hin, schweifte Klammern und rufe dann eben die Funktion auf, die wir eben gebaut haben. Und dann übergebe ich als erstes hier dann entsprechend wieder den Host. Als zweites kommt dann der User. Als drittes das Passwort. Dann kommt wieder ein Komma mit dem Despac, wo ich das reinhaben möchte. Dann nehmen wir den Dummy, den wir gerade angelegt haben hier. Der heißt ja meine Mails. Und dann sage ich hier als letztes noch eins, weil ich SSL nutzen möchte. Und dieses Ganze hier kopiere ich mir einmal, weil wir das gleich noch brauchen. Und das führe ich jetzt quasi ja nur einmal zum Test aus. Jetzt drücke ich einmal hier Enter. Dann kommt jetzt hier 0 zurück. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und wenn ich jetzt wieder hier auf meine Mails gehe, ja, dann habe ich hier entsprechend dann hier diese ganzen Readings. Das hat auch wunderbar funktioniert. Dann sehe ich hier den Host, den User. Dann der IMAP-Status ist natürlich jetzt hier auf Connected. Und dann habe ich hier Messages Total auf 1. Und was ich dann natürlich machen könnte, ist dann hier einmal ein State Format anzulegen. Was dann hier, ja, Messages Total und Messages Unread beinhaltet. Also sagen wir mal hier 1 von 150 steht hier nachher. Das heißt, ich habe eine ungelesene von 150 gesamt. Und ja, so würde das im Endeffekt aussehen. Ich kann jetzt gleich nochmal ein paar Mails an den Account schicken. Dann sieht man auch, wie diese Zahl hier hochsteigt. Und wer jetzt aufgepasst hat hier, der weiß, dass jetzt natürlich noch der regelmäßige Refresh fehlt. Dafür würde ich jetzt ein Add anlegen, der hier irgendwie Refresh Mails oder so heißt. Der ist vom Typ Add. Und da sage ich dann hier plus Sternchen 0 0 0 5 0 0, also alle 5 Minuten. Und dann würde ich hier im Endeffekt dann entsprechend, ja, Perl-Code übergeben. Jetzt drücke ich hier einmal Enter, damit das Ding zu definieren. Und jetzt gehe ich hier wieder in die Definition und füge hier einen Zeilenumbruch ein. Und würde jetzt hier unser Checkmails dann eben entsprechend wieder aufrufen für diesen Account. Hier brauchen wir natürlich jetzt keine geschweiften Klammern mehr drum. Die sind ja hier schon. Dafür machen wir hier einen Semikolon hinter. Und wenn wir jetzt mehrere Geräte hätten, das heißt, ich könnte natürlich jetzt einen zweiten Dummy anlegen, der ein separates Postfach hier überwacht. Das heißt, dann würde ich hier eben einfach noch die gleiche Zeile einmal drunter schreiben mit einem anderen Ziel-Dummy und anderen Benutzerdaten. Und dann hätte ich eben hier auch schon ein Gerät, was alle 5 Minuten meine beiden Postfächer quasi überwacht und entsprechend dann auswertet. Ja, und so funktioniert das hier dann eben. Alle 5 Minuten läuft das Ganze dann hier. Ja, und jetzt sage ich hier einmal Modify. Und ja, so sieht das Ganze dann entsprechend aus. Und ja, so ist das auch rund. Und so sehen wir dann, wie sich der Wert dann regelmäßig hier aktualisiert. Ja, auf unserem Meine Mails Device sehen wir dann auch schon, dass das hier natürlich jetzt mit dem Refresh Mails zusammenhängt wahrscheinlich. Also, weil der Name da drin vorkommt, erkennt er das hier sogar. Und dass hier als nächstes um 21.21 Uhr entsprechend das Ad ausgeführt wird. Und dann sollten sich hier auch entsprechend die Readings einmal aktualisieren. Und ich habe gerade noch eine Mail hingeschickt. Das heißt, hier müsste jetzt gleich eins von zwei stehen, weil wir haben ja dann zwei E-Mails und eine, die noch nicht gelesen wurde. Genau, jetzt ist der Zeitpunkt hier gerade eingetreten. Jetzt ist es hier 21.21 und 27 Sekunden und genau in diesem Moment haben sich dann auch hier die Readings aktualisiert. Und jetzt haben wir hier zwei Messages und eine ungelesene. So, und wenn der Wert hier einen gewissen Wert erreicht, könnte man da jetzt natürlich, ja, entsprechend drauf reagieren. Und genauso könnte man natürlich jetzt hier mit Tablet UI oder so dieses Reading hier holen und dann auf einem Dashboard entsprechend dann darstellen, sodass man dann sieht, dass man hier noch, ja, ungelesene E-Mails hat. Genauso könnte man natürlich mit Readings-Namen von allen möglichen Geräten, die hier zum Beispiel auf Mails enden, über eine Dev-Spec alle ungelesenen E-Mails einsammeln, sodass man dann eine Gesamtsumme hat über alle Mail-Postfächer, wie viel E-Mails denn auch generell überhaupt zu lesen sind. Ja, finde ich extrem praktisch und macht jede Menge Spaß. Ich richte das Ganze jetzt nochmal hier eben auf meinem Live-System ein und dann, ja, sehen wir uns hier, denke ich, gleich nochmal wieder. Das hier sollte eigentlich alles soweit klar sein und haben Videos, wie gesagt, alles verlinkt hier mit den weiteren Details. Kommen wir nun zum letzten Teil, dem Versenden von E-Mails aus FEM heraus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt ist es natürlich nur die Frage, wie schaffen wir es jetzt, unseren eigenen SMTP-Server zu benutzen, um dann eben gültige E-Mails zu versenden, die dann eben auch von anderen Mail-Clients oder Mail-Servern als gültig und nicht als Spam dann eingestuft werden. Und, ja, da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme jetzt hier SS-MTP und das installieren wir jetzt als erstes. Das sind hier 22,5 MB. Und die Installation sollte schnell von der Hand gehen. So, wenn die Installation fertig ist, müssen wir ein bisschen was konfigurieren. Ich habe das schon mal vorbereitet. Dazu sagen wir jetzt erstes sudovi-etc-ss-mtp und dann ssmtp-conf. Und hier habe ich erst mal alles rausgelischt, was drin stand. Und jetzt habe ich hier eingetragen, root ist gleich eure E-Mail-Adresse. Mail-Hub ist dann hier der entsprechende Hostname mit dem smtp-Port. Da kommt es darauf an, ob ihr TLS habt oder Start-TLS und so weiter, welcher Port das jeweils ist. Eventuell dann auch Port 25, ganz ohne Verschlüsselung. Hostname trage ich hier einfach in kleine.de ein. Fromline-Override habe ich hier auf Yes gestellt. Dann kommt hier der normale Benutzername und das Passwort für den smtp-Server. Und use-start-TLS musste ich bei mir hier auf Yes stellen. So, die Datei speichern wir. Und dann bearbeiten wir noch die etc-ss-mtp-rev-aliases. Und da schreibe ich folgende Infos rein. Einmal hier, welcher Benutzer jeweils welche E-Mail-Adresse auf welchem Server benutzen darf. Und root darf bei mir die E-Mail-Adresse hier benutzen auf dem Server mit dem Port. Pi genauso und Fem hier dann eben genauso. So, also diese drei Zeilen habe ich eben dazu geschrieben. Also wie gesagt, hier bitte die E-Mail anpassen und dann jeweils den Benutzernamen hier mit dem jeweiligen Port. Den Servernamen natürlich. So, dann beende ich, schließe ich diese Datei hier auch. Und was wir jetzt machen können, ist dann praktisch schon eine Test-Mail einmal verschicken. Das mache ich wie folgt. Ich sage hier einfach Echo und dann Hallo vom Raspberry. Und dann sage ich Mail-S. Minus S ist Subject, also der Betreff und sende das an info-at-house-automatisierung.com. Das ist der Empfänger. Dann drücke ich einmal Enter. Und dann sollte die Mail hier auch schon verschickt werden. Ja, wenn ich jetzt hier in mein Mail-Postfach schaue, dann sieht das eben so aus, dass ich hier From steht hier jetzt Pi at Raspberry Pi. Das ist natürlich nicht so cool, weil viele Mail-Clients hier werden das wahrscheinlich als Spam einstufen und gar nicht zulassen, diese E-Mail. Deswegen müssen wir das an dieser Stelle noch entsprechend einmal ändern. Deswegen sage ich hier sudo vi etc passwd und suche mir jetzt hier einmal meinen Pi-Benutzer. Der ist hier. Und hier hinter diesem Doppelpunkt, also hier steht ja dann die User-ID und die Gruppen-ID. Und da schreibe ich einmal hinter die E-Mail-Adresse, von der ich senden möchte. Also hier fam-at-m-kleine.de. Und genau das Gleiche mache ich bei dem Fem-User. Schreibe hier dann auch noch in Komma, Komma, Komma. So wie bei den anderen und sage dann hier einmal bin Bash. Dann können wir uns sogar als der Fem-User dann in Zukunft einmal anmelden. Habe ich in einem anderen Video-Tutorial schon mal gezeigt. So, dann speichere ich das Ganze hier. Und wenn ich jetzt nochmal eine Mail verschicke, dann steht hier jetzt eben fam-at-m-kleine.de und Hallo vom Raspberry. Das klappt also hier dann schon wunderbar. Ja und jetzt ist es hier bei mir so, ich habe nochmal die My Utils geöffnet, habe hier eine neue Funktion eingefügt. Die nimmt hier drei Parameter, einmal Subject, Message und Recipient. Und die können wir jetzt eben benutzen, um hier dann Mails zu verschicken. Die macht nichts anderes, als hier einen Echo an Mail zu übergeben mit der Message und dem Recipient. Hier muss man natürlich darauf aufpassen, dass in der Message und in dem Betreff hier keine Anführungszeichen sind. Und da habe ich mich jetzt hier in der Funktion noch nicht darum gekümmert, dass die entsprechend dann escaped werden. Aber das, ja, brauche ich erstmal auch nicht, weil werde ich so erstmal nicht benutzen. Und dann können wir jetzt eben hier aus fam-Mails verschicken. Dann speichere ich die Datei hier einmal. Und um das zu testen, kann ich natürlich jetzt wieder sagen, hier Send Mail, Klammer auf. Dann sage ich hier Femm. Das ist dann der Betreff. Dann ist das hier die Nachricht. Und der Empfänger ist natürlich wieder info at hausautomatisierung.com. Klammer zu. Und dann drücke ich hier Enter. Und, ja, dann funktioniert das hier an der Stelle nicht, weil er das hier nicht richtig escaped. Das ist natürlich noch ein Problem. Aber die Sache kann man relativ leicht umgehen, wenn man hier jetzt eben nicht doppelte Anführungszeichen verwendet, sondern einfache, weil dann wird hier das Add nicht mehr interpretiert. Könnte man hier dann im Endeffekt genauso machen. Und hier auch. Das ist immer die sichere Variante. Wenn man keine Variablen einsetzen möchte, würde ich immer einfache Anführungszeichen verwenden. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich jetzt hier minus 1 zurück, ja, weil ich eben hier kein Return Code festlege. Bekomme jetzt aber hier auf jeden Fall eine Nachricht, wo dann entsprechend hier Femm drinsteht. Lustigerweise sehe ich, gerade habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich hier Subject und Message vertauscht. Das heißt, natürlich muss hier Message hin und hier muss Subject hin. Und dann macht das Ganze eben entsprechend auch wieder Sinn. So, jetzt verstehe ich nochmal eine E-Mail, um zu gucken, ob es dann passt. Und das sieht besser aus. Jetzt ist der Betreff Femm. Und hier ist die Nachricht. Ja, das soll es auch schon wieder mit diesem Teil gewesen sein. Nein, das war einmal alles rund um E-Mails und Femm. Das heißt, wir können jetzt nicht nur Femm mit E-Mail steuern. Wir können auch, ja, Starti anzeigen, wie viele ungelesene E-Mails wir in gewissen Postfächern haben. Und wir können auch Mails aus Femm heraus an alle möglichen Geräte auf der Welt versenden. Ja, so dass wir eigentlich jetzt alle Wege einmal abgebildet haben. Ich wüsste nicht, was noch offen wäre. Ist natürlich jetzt hier immer noch ein bisschen Feintuning, gerade was den Empfang angeht, dass die E-Mails richtig ausgewertet werden. Mit GPG-Keys und so weiter kann man natürlich noch viel machen. Für mich war wichtig, dass man einmal hier die Postfächer jetzt überwachen kann, beziehungsweise sieht, wie viele ungelesene E-Mails ich in welchem Postfach habe. Und wenn ich die so und so lange dann nicht kleiner mache, die Zahl, also die E-Mails dann entsprechend lese, könnte ich mich noch mit Push-Notifications nerven und so weiter. Und ich glaube, an dem Beispiel würde ich einfach im nächsten Video einmal auf Watch Dogs eingehen. Das heißt, wenn man eine gewisse Zeit lang mehr als x E-Mails hat, dann möchte ich damit einfach genervt werden, dass ich doch bitte endlich meine E-Mails lesen sollte. Ja, das probieren wir im nächsten Video, würde ich sagen, einfach aus. Ich bin mir noch nicht sicher, wann das kommt. Gib mir für dieses Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und offene Fragen, Inspiration, Feedback aller Art, bitte unten in die Kommentare. Und falls du noch kein Abonnent meines Kanals sein solltest, was ich mir natürlich nicht erklären kann, bitte drück dann entsprechend auf den Abonnieren-Button, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao. Zu Seite Zusehen Untertitelung. BR 2018